Seit Jahren soll in Berlin ein Einheits- und Freiheitsdenkmal errichtet werden. Eine Wippe auf dem Kaisersockel vor dem Schloss. Was sonst und wo sonst? Jüngst gab es wieder einen Baustopp. Fledermäuse haben sich am Sockel eingenistet und halten dort Winterschlaf. Sie stehen unter Schutz. Apropos Einheit. Erinnern Sie sich an die Festtagsreden? Zehnter Jahrestag. Wir haben viel erreicht, aber noch nicht alles. Zwanzigster Jahrestag. Wir haben sehr viel erreicht, aber noch nicht alles. Jetzt, dreißigster Jahrestag. Wir haben unglaublich viel erreicht, aber noch nicht alles. Das Aber-noch-nicht-alles ist schnell erklärt. Ossis müssen noch immer länger für weniger Geld arbeiten als Menschen aus dem Westen und spüren das dann auch bei ihrer Rente. Und das ist nur eine der Diskriminierungen. Insofern danke, Fledermäuse. Das Denkmal kann wahrnehmen.